So, jetzt aber, weg da. So, die hauen nochmal kaputt, die stören ja eh nur die Viecher. Jetzt haben wir jetzt mal wenigstens schon mal ein Leben wiederbekommen, den wir gerade verloren haben. Jetzt fehlt uns noch ein Leben, dann haben wir beide wieder. So, zack, jetzt warte ich aber. So, sehr schön. Aber ich glaube, der eine ist bloß, damit ich da hochkomme und dann zu dem Stern fliegen kann. So, wieder ein Leben, sehr gut. Dann haben wir das ja auch erledigt. Ach nee, jetzt kommt das. Das habe ich schon verdrängt, dass es hier war. So, dann warten wir mal. So, sehr gut. Und weiter geht's. So, die nehmen wir alle mit. Und jetzt dürfen wir wieder Sternteile sammeln. Oh, ja. Nein! Aber wehe, von Anfang, bitte nicht von Anfang, bitte nicht von Anfang. Nein, ich muss echt von Anfang an, bitte. Oh, scheiß Ding, ey. Haut ab hier. Lasst mich in Ruhe. Ich würde das Level hier abschließen. So, wir sind schon mal ein Leben wieder geholt. 45 Leben, ey. Die brauchst du wirklich hier. So, hier hoch. Und Feuer frei. Und nochmal. Los geht's. So, noch ein Leben dazu bekommen. Nee, noch nicht ganz. Aber bin schon nah dran. Immerhin. So. Jetzt auch. So, da hin. Da rüber. Da hoch. So. Dann haben wir das schon mal. Sehr gut. So. Jetzt die Sternteile. Wollen wir erst mal den hier. Warum passe ich nicht auf? Warum? Mann. Ich hätte doch sehen müssen, dass da die Dinger sind. Dann bin ich da davor auch schon gestorben. Weg mit dir. Ich bin sauer. Oh, das gibt's noch nicht. Jetzt fallen. Macht jetzt echt keinen Spaß mehr. Weg mit dir. So. Weg mit dir. Weg mit dir. So, Fetty. Lasst mir in Ruhe hier. Hier ist es noch ein Leben bekommen. Aber man sonst schon kein schönes Ereignis mehr hier hat. So. Oh, schnell durch. Gut, dann warten wir mal hier wieder. So, sehr schön. Und zack. Und zack. Wäre schön, wenn ich es jetzt mal schaffen würde. Ich habe echt nicht aufgepasst gerade. Das gibt's doch nicht. Oder mache ich das mit Absicht? Nein, mache ich nicht mit Absicht. Oh, das ist das Kacke. Ey, komm schon. Warum wurde der denn nicht getroffen? Ich lasse die Kacke jetzt. Das ist mir egal. Oh, ab. Ich habe in dem Level hier schon so viele Sternteile jetzt gesammelt. Nur weil ich dauernd gestorben bin jetzt. Ich meine, das ist schön. Da haben wir mehr für Lumas. Aber trotzdem. So. Warum gibt es überhaupt so eine Level hier? Ich habe in dem Level hier. Danke schön. So. Diesmal haben wir noch drauf reagiert. Dankeschön. Jetzt warten wir mal nochmal eine Runde. Zum Glück habe ich wenigstens Zeit für sowas zum Warten. Jetzt endlich mal die Sternteile. Ich dachte es wäre hier schlimmer mit den Feuerbällen und alles. Aber das ist hier richtig kacke. Danke. Oh Gott. Da ist es jetzt der Sternteil. Boah. Ja. Vorbeigekommen. Jetzt geht es nur noch um den Berg hier. Der Berg und ich. Uff. Alles klar. Und bitte jetzt nicht sterben Mario. Bitte. Das letzte bisschen wirst du aber noch schaffen hier. So. Zack. Komm schon. Sehr gut. Dankeschön. Komm hoch. Ja. Geschafft. Oh endlich. Endlich geschafft. Boah ich hasse den Risikokometen. So wie alle anderen Kometen. Obwohl nee. Den Schattenkometen den finde ich ganz gut. Den nehmen wir trennen. So. Haben wir den auch erledigt. Puh.